... Das heißt, der Wind ist dann der Mahlerzüge zu sein, muss der Höhe von der Höhe sein, aber auch von der Anruhe zu kommen. Dann möchte ich Sie hier jetzt schon wieder an und sagen, glauben Sie, das geht Ihnen nicht. Ich erkläre mal, wann es jetzt kommt, wenn wir gerade jetzt schon, die hohen Bereichen haben nach dem Nachrichten zu gehen, und deshalb haben wir den Stadten heute noch einmal gesehen, aber die Abo und Highlights, die da noch tausend sind, und hier draußen sind gleich diese wunderschöne B6, die wir in S.A., und dann haben wir da hinten noch so 28 Kilometer, ganz tolle blaue Flieger. Die Höhe von der 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 Höhe Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020